Ich glaube, das liegt eher am Headset. Okay, dann können wir den Streifen... Ach, das ist aber ganz cool eigentlich für den Ding hier. Könnte ich da irgendwie eine Tür reinmachen? Eichenholz, wie sieht das aus? Äh... Machen wir mal so. So. Wie nennen wir die denn? Merlin nicht. Da können wir eigentlich auch einen NPC rein tun. Das wäre natürlich auch was. Stimmt, die sehen ja auch manchmal so ein bisschen so aus, gell? Können wir echt einen NPC rein tun. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Namen für den. So, dann kann man hier einfach hochgehen. Hallo? Wie sieht denn das aus? Hm, nee, oder? Vielleicht ein bisschen komisch. Ich weiß es nicht. 2, 2. Weiß nicht, ob ich das lassen soll. Hm. Ich weiß es nicht. Soll ich das lassen oder nicht? Lasse ich jetzt erstmal da. Okay. Was habe ich eigentlich geholt? Ich habe Glasscheiben geholt. Boing. Na super, jetzt habe ich gerade keinen Platz dafür. Kohle hier mal kurz. Weg. Wie groß sollen wir große Fenster? Das ist ja eine geile Aussicht da. Da sind wir fast das Häuschen, weil die Sichtweite jetzt nicht so hoch ist. Aber jetzt hängt es gar nicht mal so doll wie vor. Ich weiß nicht, warum es bei der letzten Aufnahme so gehangen hat. Oder vorletztes. Ich weiß nicht mehr. Hm. Was wir natürlich auch noch machen könnten. Was, glaube ich, auch noch ganz cool aussehen würde. Ich glaube, dafür haben wir jetzt aber nicht allzu viel Hölzer. So, Fackeln. Hey, was macht das gerade? Okay. So, also Kerzen, besser gesagt. Jetzt haben wir auch keine Kerzen mehr. Ähm, wo ist denn hier da? Sieht schon ein bisschen lustig aus. So. Klar, Scheiben. Wie sieht es hier mit dem Weg aus? Der wäre da. Oder? Ja, machen wir mal da. Oh, hopps. Okay, so. Ich weiß nicht. Eigentlich wäre ich nicht so... Ah, nee, eigentlich... Nicht solche großen Fenster. Entschuldigung, nochmal weg. Allzu groß soll ich nicht sein. Eins, zwei. Eins, zwei. Zwei. Eins, zwei. So. Das war eine geile Aussicht da, aber allzu groß sollen die wirklich nicht sein, weil sonst... ist nicht mehr so das Hutz lege darf. Ich mache das auch nicht mehr auch raus. Sorry, ich glaube, das habe ich auch noch raus. Es soll einfach nicht so ein großes Häuschen sein, weil es ist ein armer Zauberer, 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 ein armer Zauberer, der hier seine... Was macht er denn hier überhaupt? Keine Ahnung, was er hier macht. Seine Tränkchenbraut oder sonstiges. Habe ich das letzte... Ah, das letzte habe ich mitgenommen. Sehr schön. So, das kann ich jetzt hier eigentlich auch machen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Machen wir hier mal nicht allzu ein großes Fenster. So. So. Hauen wir das auch wieder weg. Und dann nochmal ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, war falsch. Und hier nochmal weg. Und dann hier. Die Dinger rein. Die Fenster. Ähm, ist hier gerade irgendwas falsch? Zwei, zwei. Achso, wegen dem Eingang, ja klar. Äh, Eingang. Eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Einer Fenster von da. Und dafür ein bisschen größer. So. Und dann können wir hier das Fenster darüber machen. So. Ah, was war der... Wie hat sich das denn da eingebaut? So. Aber kommen wir noch nicht hoch. Jetzt hab ich da extra schon... Wie sieht's mit dem aus? Kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch, oder? Ah, nein. Ah, jetzt haben wir da... Äh... Ganz knapp da so drin. Weil ich möchte die Decke eigentlich nur so hoch haben. Oder wartet mal. Machen wir erst mal hier so. Ah. Ah. Gehen wir einfach hier runter, okay. So. Machen wir erst mal eine... Wie machen wir das so? Ja, machen wir es so. Ne, das war falsch jetzt. Das Ding weg. Dann das Ding auch mal weg. Räumen wir so ein Ding da erstmal hin. Möchte er mich... Drauf. Drauf. So. Ähm. Erde. Okay. So. Einfach so ein kleines, flaches Dachdächchen. Ja. In der Mitte? Sollen wir da nochmal so ein Böppel hinmauen? Ich weiß nicht. So. Lass ich erst mal so. So. Ah ja, das wäre dann... Das wäre dann eigentlich ganz cool, dass man... Wenn man... Warte mal. Äh. Äh. Nein, so nicht. Oder war da doch mal... Äh, wie soll ich das bauen? Ne. So ein Ding hier hin. So. Da ist so ein Ding drauf. Ich glaube, das sieht ja doof aus. Ja, das sieht ja eigentlich schon doof aus. Ich möchte halt, dass man hier nicht rüberlaufen kann. Ja, das fände ich dann eigentlich schon ganz cool. Mhm. Oder wir machen einfach ein Zäunchen drum. Das können wir natürlich auch machen. Ach. Das wollte ich jetzt nicht. Ach. Tschüss. Fackel. Ja. Gar keinen Platz für eine Fackel. Das ist ja wohl die Höhe. Ja, okay. So. Dann. Wir kommen jetzt hier... Äh, so. Ach. Okay, wagen wir den Sprung. Hopps. Okay. Äh. Machen wir mal so. Und dann nochmal so ein Ding. Und dann, äh, 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 so nicht. So, machen wir mal so. Und dann, nee. Hä? Hä? Fakat sieh. Ja, wir sind dann Leute. Bieck. Ein Bottพ evt.